Ey, mal ganz im Ernst man, was soll der Scheiß denn? Aua. Du kommst an, landes auf dem Boden und verreckst instant. Da, ich war mal. Oh, wisst ihr was? Sollt ihr doch die Munition machen. Ey, ohne Witz, die sind so schlecht, so schlecht, Leute hier, ey. MBT-Law, da ist er. Oh. Ey, dieser Heli ist so scheiße, ne? Was trinken hier muss ich jetzt. Das war ein HIT! Ein HIT! Auf der einen Seite der He- Oh! Komm noch mal bitte einmal zum Spot. Leute, was haltet ihr von drei Stingers? Oh, nice evil! Oh, schade, das ist nicht mal ein Dirtleut. Philipp, komm, spawn mal bitte eben bei mir. Ich möchte wieder mal was ausprobieren. Wie viel Zivil brauchst du? Vier. Ich hab einen EOD-Bot dabei. Mach der, mach der, mach der. Du hast noch einen Wall-E dabei. Geiler Scheiß. Geh mal da weg, geh mal da weg, geh mal da weg, geh mal da. Ja, jetzt. Geh mal loslegen. Okay. Warte. Gar, gar keine Anspielung. Läu. Gar keine Anspielung. Läu. Gar keine Anspielung. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Drüber. Ich komm mich abholen. Ich komm mich abholen. Nö. Ich bin tot. Alge 4. Nö. Ich bin tot. Nisch was. Warum hast du selbst was gemacht? Äh, wenn ich so oder so aus dem Kampfgebiet wäre. Ja. Hier, schlummer Menschen hier und er so deine Mutter. Es ist halt dein Vater. Ja. Ey, Philipp. Das war da. Oh, scheiße. Ey, Philipp. Ey, Philipp, land mal hier eben mit dem Jet. Ey, Philipp, land mal hier eben mit dem Jet. Land mal hier eben mit dem Jet. Ich will den EOD-Bot mal quer über die Sackle-Map sprengen. Moment. Moment. Ich mach mir gleich Slams. Oh. Möchte ausprobieren mit einem Slams. Mach mir gleich Slams an meinen Jet dran. Wie jetzt. Ja, ich mach mir gleich Slams an meinem Bett. Ich versteh's nicht ganz in dem Video. Uuuuh. Das geht gut ab. Au. Du bist doch so ein Opfer! Wenn ich dich seh, Mann! Seulen! Ey, du hast noch deinen EOD-Bot, oder? Neee! Äh, place mal eben bitte den EOD-Bot. Den benutzen wir mal eben als Scout. Am Arsch. Oh, komm schon. Moment. Ich muss mich grad mit ein paar Intrater resten. Pfff. Opsala. Okay. Ich stell den EOD-Bot mal irgendwo hin. Äh, genau. Wir lassen ihn am besten zu A fliegen. Als Scout. Äh, place ihn mal bitte. Nicht unter die Brücke. Am besten hier drüben hinten. Das ist ein Scheiß-MG, ey. Danke. Gummi. Und... Boah, der war so schlecht. Wo ist denn der? Was? Hä? Ey, ich hab kein Lust mehr! Wo ist denn der EOD-Bot gelandet? Da vorne im Fluss? Ey, ich wurde weggesniped. Ah, das ist Wahnsinn! Das ist auch reiner Wahnsinn, ja! Das kann nicht sein! Ich schieß' den Typ vom Dirtbike! Oh mein Gott! Nein! Oh, Appy ist so langsam im Flug! I'm dead! Ey, weck mich jetzt schon auf, ey, Junge! Ich? Ey! Dieser Heli! Loll! Wins Penis Hines, ey! Krei mir die Möse! Ey, ohne Witz! Bist doch so inkompetent! Ich? Ne! Ohne hier nicht los! Komm rein! Zu Aruba! Stinger! Ich versuch' den Piloten rauszuschießen! Nein, es war eigentlich nur drumherum, damit's geil aussieht! Pfff! Lade nach! Ey, bei B ist ein Panzer, lass den mal sneaken! Äh, snacken! Nicht sneaken! Snacken! Hä? Leute! Ich will wieder aufs Dirtbike aufrufen! Da ist ein fahrender Panzer! Oh, hab ich mich erschreckt! Ey! Schuss! Wo ist der fahrende Panzer? Das ist so ein Wichser ohne Spaß, ne? Ich krieg schon so langsam Heulkränke von dem! Ist deine behinderten fünf Minuten, oder was? Ach, Elias, du bist für mich gespawnt! Mh! Aua! Nicht getroffen! Ciao, aber beim nächsten Mal vielleicht nicht! Und? Schon wieder getroffen! So schlecht! Aua! Zwölf! Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen! Nein! Ich bleib nicht liegen! Kannst'n Medi... Ah, das ist schlecht! Aua! Pfff! Scheiße! Verlieb der... Ey, der kommt da auch! Der ist hinter den Stall! F2! Danke! Heliii! Ey, der redet mich jetzt schon so auf! Der, warum bin der eigentlich auf mich? Der, warum bin der eigentlich auf mich? Weil er inkompetent ist! Lass mich mit! Ach, Arschloch! Ey, ohne Spaß! Jetzt wird noch gesnipet hier! Komm so Heulkrämpfe von den Leuten! Dieser SBP geht mir so auf den Sack! Pfff! Ey, lass mal alle ne Igler nehmen und dann mal diesen Winzwixer der Roten! Kann man nur so inkompetent sein! Machen wir? Gut! Entschuldige Typen, jetzt wird Panzerweg! Das ist so eng! Wohin besteht der LRV? Der war auch wahrscheinlich die letzte Runde, die ich vor heute zurück... Ey! Ganz im Ernst! Ey, und was, man? Der hekt doch! Ey, das kann überhaupt nicht sein! Einer, der so gut Heli scheiß Mongo fliegen kann! Ja, wir wird ja gar nicht belagert von irgendwelchen Spastis! Zum Glücklichen, ne? Das kann nicht sein! Ja, überfahr mich doch, du dummes Sau! Hm! Ey, genau! Raid schafft ein Moment, ja! Ja! Rennt doch direkt über die ganze Map! Oh! 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 Na die hier geht! Schnell! 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 ologies! Schnell! Ich hab nur Minen! haw! Philipp! Aussteigt! Schnegg! Ab und Gieß! okay ich gebe euch einen Tipp wenn einer im Bomber sitzt, Knife. Knife da rein. Ne ganz ehrlich das Kissen. Das Kissen. Wenn du in den Bomber reinknifest. In diesen Stützpunkt da. Ey ich jetzt auch. Du warst dir. Das ist so. So eine Inkontinent. Ey sag mir bitte mal wo steht wo die Feinde sind. Mit den Panzern und so. So auf den Sack. De scheiß Mongo. Das. Oh oh. Das war leider alles daneben. Ja genau der hockt natürlich. Oh mein Gott. Wer vom Math packt oder sowas. Muni. Muni. Danke. Komm ein bisschen runter. Komm runter. Komm runter.